hallo moba freunde seid wieder begrüßt hier auf meinem kanal und im teil 2 vom sturmtrain festival weg bergen ja ich will gar nicht viel erzählen wir sind jetzt hier in appeldorn und werden gleich mit der 23 023 von appeldorn nach weg bergen fahren und ich sag euch jetzt schon mal ich wünsche euch für das sound erlebnis viel viel spaß vor allem nach dem ersten bahnübergang wir müssen bei mehreren bahnübergängen halten weil diese geschlüsselt werden müssen aber direkt nach dem ersten bahnübergang geht das sound erlebnis eigentlich schon blutlos ich wünsche euch viel spaß wenn euch der film gefallen hat daumen hoch gerne kommentare hinterlassen wer noch kein abo hat auch dieses wird gerne gesehen und gerne angenommen also viel spaß bis bald tschüss 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 die Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. , 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 ,, 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